. Ja, ich bin Patrick, komme von Zürich-Schwammering und spiele beim ZSC seit 5-6 Jahren. Ich bin nicht so oft anzutreffen, da gibt es sicher andere Favoriten bei uns. Immer mühsam, tut man nicht gerne, einstecken, Liebe gewinnen. Jemand, die wichtig sind, haben wir weniger gesehen. Meine Familie, meine Freundin. Ja, verloren. Seger. Flüller. Rösti mit Zürich-Netzeltem. Das ist hart. Das ist die schönste Stadt der Schweiz. Das ist nicht so wichtig, aber es ist trotzdem ein essentieller Teil. Die grössten. Die grössten. Beim ZSC Hockeyspielen. Haben wir keine. Ich habe keine kurze Antwort. Ich kann nicht alles aufzählen. Ja, das muss jetzt kurz. Ähm, ein guter Teamspieler. Das ist nicht so wichtig. Uffnung! Das ist eine gute Idee! Das ist ein neues Spiel.